Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Leider gab es ja letzte Woche einen kleinen Ausfall, dafür möchte ich mich entschuldigen bei all jenen, die sehnlichst am Sonntag oder Montag auf die neue Podcast-Episode gehofft haben. Aber jetzt bin ich wieder zurück, jetzt bin ich wieder für euch da und ich hoffe, ihr hattet in den letzten zwei Wochen viel Zeit und Gelegenheit, ein paar lustige Dinge zu machen, gerade in den Bergen, vielleicht auch im Idealfall noch bevor der erste Schnee kam. Denn eins ist sicher, der geht definitiv nicht mehr weg. Wir haben jetzt Schneelagen, die sich solide bis zum nächsten Frühling halten werden. Kann man jetzt halten, was man davon halten, was man will, aber so ist es nun mal. Ich persönlich bin schon wieder mit etwas Vorfreude unterwegs und freue mich schon auf die ersten Skitouren und vielleicht auch anderweitige Wanderungen in die niedrigeren Lagen. Aber die Kälte ist etwas, ich muss persönlich sagen, das steht mir gar nicht. Ich habe es lieber schön, kuschelig, warm, aber na gut, man kann es sich eben nicht aussuchen. Was man sich auch nicht aussuchen kann, das ist die Herkunft. Und über dieses Thema möchte ich heute mit euch ein wenig philosophieren, ein wenig plaudern. Ich möchte euch vor allen Dingen eine kleine Geschichte erzählen und da möchte ich euch jetzt in den nächsten 30 Minuten entführen, in eine Welt, die den meisten von euch wahrscheinlich gar nicht sagt, den meisten von euch wahrscheinlich überhaupt nicht bekannt vorkommt. Die Welt, in die wir eintauchen, die ist keine andere als die unsere. In Wirklichkeit verlagern wir einfach nur unseren Punkt, unseren gedanklichen Mittelpunkt jetzt mal für die nächsten 30 Minuten in ein anderes Land. In ein Land, das ihr definitiv im Podcast-Titel schon erkennen konntet, aber das möchte ich trotzdem nochmal ankündigen, es steckt viel, viel mehr dahinter als rein der Name Nepal. Nepal ist ein wahnsinnig faszinierendes Land und in den nächsten 30 Minuten werdet ihr wahrscheinlich auch verstehen, warum. Ich möchte zumindest so gut es geht klarstellen, was Nepal denn eigentlich ausmacht und warum es gerade für uns Bergsteiger so eine faszinierende Region ist. Ich weiß, dass viele Leute, viele Zuhörerinnen und Zuhörer immer mal wieder auch mir dem Wunsch schreiben, ich möchte eigentlich mal wirklich gerne nach Asien wandern, Bergsteigen, dort die Kultur kennenlernen und so weiter. Viel mehr Leute gibt es aber, die gerade das eben nicht wollen. Ich weiß von vielen Leuten, die sagen, nein, ich will nicht in den Osten, ich will nicht nach Asien in den Urlaub, da ist es mir zu dreckig, da ist es mir zu laut, da ist es mir zu staubig, keiner versteht mich, ich verstehe keinen und die Schriftzeichen sehen alle so aus, als hätte jemand eine komische Handschrift. All das trifft natürlich irgendwo zu und die Masse der Menschen, die ist wahrscheinlich dem Ganzen eher abgeneigt gegenüber. Wenn man darüber nachdenkt, dass wir ja in der westlichen Welt arschprivilegiert sind mit den Tatsachen, dass wir überall fließend Wasser haben, dass wir keinerlei Probleme und Sorgen haben, die existenzieller Natur sind, zumindest in vielen Teilen Europas, dann sollte man sich schon bewusst werden, dass es an anderen Orten der Welt definitiv anders aussieht. Und gerade das sollte man eben immer wieder mal sich ins Gedächtnis rufen und am besten kann man das meiner Meinung nach, wenn man mal eine Reise macht in ein Land, in dem es gänzlich anders aussieht. Ja, Nepal, das ist ein Land, das, als ich zuletzt dort war, als das zweitärmste Land der Welt galt. Das wird sich wahrscheinlich, so wie ich es jetzt mir ausmale, definitiv nicht verändert haben. Gerade durch die Tatsache, dass die Corona-Pandemie in Nepal einen Schaden angerichtet hat, der mit keinem anderen Land der Welt vergleichbar wäre. Denn ja, man kann natürlich von großen Finanzvolumen sprechen, die viele reiche Länder in der westlichen Welt verloren haben, dadurch, dass sie jetzt durch Corona so viele wirtschaftliche Probleme erleiden mussten. Doch wenn man es mal von den absoluten Zahlen absieht und sich einfach nur das Verhältnis ansieht, wenn ein Staat schon mal am Boden liegt und das seit seiner Existenz, dann ist das letzte bisschen, was man ihm nimmt, definitiv deutlich mehr wert, als das Verhältnis, das wir hier im Westen vielleicht einen wirtschaftlichen Schaden durch die Pandemie genommen haben. Aber es soll jetzt hier gar nicht so sehr um die Pandemie gehen, es soll um Nepal gehen. Und Nepal, das ist ein wahrlich, wahrlich spannendes Land. Es ist definitiv ein krisengebeuteltes Land und von außen hin sieht es jedenfalls nach Chaos aus. Und dieses Chaos, das ist auch mehr oder weniger richtig. Aber fangen wir da an, wo Nepal eigentlich für die meisten von uns, wenn wir im Westen in unseren Büros oder im Wohnzimmer sitzen, aufhört, nämlich bei der Anreise. Die Anreise ist schon mal ein sehr, sehr spannender Teil des kulturellen Umschwungs, wenn man sich vom Westen auf den Weg nach Osten, nach Nepal macht. In der Regel wird man Nepal über den Flughafen Kathmandu International Airport erreichen und hier bis dahin hat man immer das Gefühl, man reist einfach mit einem ganz klassischen Flugzeug, mit einem ganz klassischen Umgangston, auch mit den Leuten, auch mit den Stewardessen, Flugbegleiterinnen, wie auch immer. Also alles fühlt sich noch sehr westlich an, denn die westlichen Strukturen, die drängen ja nach Nepal. Und so ist es zum Beispiel auch mit den Airlines. Wenn man aber in Nepal ankommt und aussteigt aus dem Flugzeug, dann erreicht einen erstmal die sehr andere klimatische Bedingung, die es dort gibt, nämlich die Luftfeuchtigkeit und auch die Wärme. Das alles ist ein wenig anders als bei uns. Man wird keine Jahreszeit finden, in der es in Nepal so ist wie bei uns. Mein letzter Besuch dort, der fand im Monsun statt und da kann man davon ausgehen, dass es wahnsinnig schön warm war und sehr, sehr feucht und sehr viel geregnet hat, was auch vielleicht nicht die ideale Erfahrung ist, wenn man das erste Mal nach Nepal reist. Aber grundsätzlich kann ich auch das empfehlen. Nepal auch während dem Monsun sehr schön, vor allen Dingen sehr leer, aber das jetzt mal nur so nebenbei erwähnt. Wenn man in Nepal ankommt, dann erfährt man erstmal das wichtigste Element, auch mit dem man sich sehr viele politische Strukturen und auch wirtschaftliche Strukturen in Nepal erklären kann. Das Element der Lässigkeit. In Nepal ist alles etwas lässiger und das ist nicht nur ein Klischee und das ist auch nicht einfach nur etwas, was für manche Bereiche zutrifft, sondern das trifft überall zu. Es ist egal, ob man mit einem Polizisten spricht, mit jemandem, der beim Militär arbeitet, mit einem Angestellten am Flughafen oder mit einem Verkäufer irgendwo in einem Supermarkt. Alle strahlen eine gewisse Lässigkeit aus. Das ist etwas, was wir aus der westlichen Welt, aus Deutschland und Österreich eher nicht mehr kennen. Bei uns muss man sich immer überlegen, mit wem man gerade spricht, weil dann kann man sich auch sehr gut überlegen, ob diese Person freundlich oder unfreundlich sein wird. In Nepal ist das alles irgendwie anders. In Nepal ist niemand unfassbar freundlich. In Nepal ist auch niemand unfassbar unfreundlich. In Nepal lebt jeder Einheimische irgendwie so sein Leben und genießt aber auch die Tatsache, einfach in den Tag hineinleben zu können. Und das ist natürlich jetzt eine, ja, sagen wir mal, Henne-Ei-Problematik, denn die politischen Strukturen in Nepal, das Chaos, dass dort mehr oder weniger von Jahr zu Jahr sich etwas verändert, minimal teilweise, aber teilweise auch wie beim großen Putsch in Nepal im Jahr 2005, da braucht es natürlich auch eine gewisse Lässigkeit, um über all das irgendwie hinwegblicken zu können. Die politischen Strukturen in Nepal erklären sich damit also im Prinzip ganz gut, wenn sich niemand für Politik interessiert, weil jeder nur in den Tag hineinlebt, dann gibt es auch eigentlich keinen großen Andrang auf politische Veränderungen. Ergo bleibt halt dort auch irgendwie alles immer so ein bisschen, wie es ist. Aber es ist dort jetzt nicht so, dass jemand sich groß als Aktivist präsentieren wird und eine Millionenschaft an Anhängern hat, um dort mal einfach mal alles umzukrempeln. Denn in Nepal, und das ist eben auch eine traurige und bittere Realität, da muss man sich sehr stark auf das eigene Überleben konzentrieren. Denn eben durch diese fehlenden Regulierungen seitens des Staates und auch die fehlende Infrastruktur und ein unfassbar hohes Maß an Korruption, gibt es natürlich die Probleme, dass jeder mehr oder weniger auf sich selbst gestellt ist. Und das erfährt man in den Straßen Nepals sehr, sehr schnell. Spätestens, wenn man den Flughafen verlassen hat, weiß man, es geht hier für jeden ums Leben. Und zwar nicht in einem dramatischen Kontext, nicht in einem Kontext, wo man jetzt vielleicht etwas Kriegerisches hineininterpretieren würde, aber doch irgendwie spürt man, dass die Menschen, die hier ihrer Arbeit nachgehen, die pendeln, die versuchen, zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen oder versuchen, einem etwas zu verkaufen, nicht das machen, was sie immer schon in ihrem Leben machen wollten, sondern das tun, wovon sie überzeugt sind, dass es ihnen das Überleben sichern könnte. All das sieht man auch, wenn man eben durch die ärmeren Gebiete Nepals und durch die ärmeren Gebiete, vielleicht auch Kathmandus, hindurchzieht. Es gibt keine sehr große Kriminalität. Die Stadt fürchtet sich immer wieder davor, dass Touristen angegriffen werden. Mir persönlich ist es nie so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, dass ich bedrängt werde von irgendjemandem oder dass ich Angst um irgendetwas haben hätte müssen. Es ist schon so, dass es natürlich diesen kleinen Taschendiebstahl in den Tourismusvierteln gibt, aber im Prinzip kann man auch ohne Probleme durch die normalen bürgerlichen und einfachen Viertel, auch durch die Slums in Kathmandu spazieren, um sich ein Bild von den Menschen vielleicht, aber vor allen Dingen auch von den Wohnsituationen der Menschen zu machen. Niemand wird sich daran stören und niemand wird einem dafür irgendwas stehlen oder einen ausrauben. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, ist auch mir nicht passiert. Wenn man sich auf das Touristenprogramm in Nepal konzentriert, dann kann man davon ausgehen, dass man von Nepal nichts sehen wird. In Kathmandu hat das Touristenprogramm mit Nepal und Kathmandu selbst so viel zu tun wie Deutschland mit dem Oktoberfest und umgekehrt. Aber tatsächlich funktioniert das Land Deutschland ganz anders als das Oktoberfest und so ist es in Nepal im Prinzip auch. Kathmandu hat mit dem Stadtteil Tamil eine Art Touristen-Hotspot, Touristen-Hochburg entwickelt, wo man glaubt, Nepal erfahren zu können. Nepal ist aber letztlich doch eigentlich ganz, ganz anders als das, was man in Tamil sehen kann. Wenn man die Gebiete rund um Tamil verlässt, dann sieht man, dass die Menschen nicht in Häusern wohnen, sondern in Blechhütten. Dass die Häuser, die es gibt, die stehen zwar, aber die haben keine Türen und keine Fenster, denn die gingen irgendwann kaputt und dann fielen sie halt einfach irgendwann raus. Man sieht Menschen, die Autoreifen verbrennen, man sieht Menschen, die Plastikmüll von Touristen einsammeln und dann nach Hause in einen anderen Stadtteil bringen und dort verbrennen. Denn sie wollen es doch auch warm haben in den doch sehr kalten Nächten. All das hat mit Bergsteigen natürlich bis jetzt relativ wenig zu tun. Aber es ist mir persönlich ein Anliegen, dass wenn Menschen sich nach Nepal begeben und dort Bergsteigen gehen wollen und dort wandern gehen wollen, sich vor allem erstmal mit der Kultur des Landes auseinandersetzen und auch mit den Gegebenheiten auseinandersetzen. Wir sollten nicht nur ein Konsumopfer des Tourismus sein, wenn wir nach Nepal gehen. Nein, wir sollten zumindest, und das ist wirklich nur das Mindeste, verstehen, was wir hier eigentlich konsumieren und mit was wir es hier eigentlich zu tun haben. Denn Nepal ist so viel mehr als einfach nur ein paar Berge, ein tiefes Tal und viele arme Menschen. Nepal ist geprägt von vielen Zerrüttungen in der Vergangenheit. Nepal ist geprägt von einer schwierigen Beziehung zu Indien, zu einer schwierigen Beziehung zu China. Alles hat sich dort über die Jahrzehnte und Jahrhunderte irgendwie entwickelt und nicht sehr strukturiert. Denn die Korruption und der einfache Mensch, die verschwinden hier irgendwie in dem Hintergrund, in der Dunkelheit. Der einfache Mensch in Nepal ist genauso auf die Korruption der Polizei angewiesen wie der Reiche, der sich vielleicht dort ein nettes Leben macht. Zwischen Reichtum und Armut unterscheidet man in Nepal eigentlich nicht. Man ist natürlich darauf aus, den reichen Leuten vielleicht eher etwas zu verkaufen, denn sie haben einfach das Kapital, um vielleicht mal in schöne Kleidung, in Schmuckstücke oder vielleicht sogar in ein Haus zu investieren. Aber trotzdem geht es eher darum, dass jeder mehr auf sich fokussiert sein muss. Wenn man Leuten, gerade beim Tracking sieht man das sehr gut, dabei zusieht, wie sie am Reisfeld arbeiten, dann empfindet man nicht dieses wohlige Landwirtsgefühl. Man hat nicht das Gefühl, dass es diesen Menschen gut geht. Da arbeiten teilweise Frauen auf den Feldern, die 75 Jahre alt sind. Und gleichzeitig wird man sich in diesem Moment auch bewusst, was für eine ekelhafte Rolle wir als Touristen hier auch einnehmen, ohne irgendetwas tun zu können. Wenn wir über eine Moralpredigt gegenüber uns selbst nachdenken, dann sollten wir natürlich auch immer vorsichtig sein. Denn wenn wir als Tourist kommen, dann brauchen wir uns eigentlich nicht verpflichtet fühlen, dort denen die Arbeit abzunehmen. Vor allen Dingen ist es letztlich auch keine Lösung des großen, ganzen Problems. Für diese Menschen gibt es keine Lösungen. Für diese Menschen gibt es auch keine Perspektiven. Diese Menschen sind auf ihr Vieh angewiesen und auf die kleine Landwirtschaft und vielleicht den ein oder anderen, der bei ihnen in Form eines Tea-Hauses mal vorbeikommt und Tee, Speis und Trank konsumiert und dann wieder von dannen zieht. Das ist die komplette Einnahmequelle der Menschen, die in den kleinen Lodges irgendwo hoch oben im Annapurna, in der Annapurna-Region oder im Kumbo wohnen. Diese Menschen leben nicht im Luxus. Nein, wenn sie hinter dem Haus ein Reisfeld betreiben müssen und selbst aber weit über die 80 Jahre alt sind, was in Nepal schon als uralt gilt, dann weiß man, dass es diesen Menschen definitiv nicht gut gehen kann. Wenn man diese Menschen dabei beobachtet, dann nimmt man natürlich irgendwo auch den Platz eines Voyeurs ein. Diese Rolle ist etwas Undankbares, denn auf der einen Seite tut man es vielleicht, um sich irgendwie mit der Kultur und mit den Menschen auseinandersetzen zu können. Auf der anderen Seite fühlt man sich aber auch irgendwie gefangen in einer Hilflosigkeit. Man kann nicht helfen, einem selbst kann aber mit diesem schlechten Gewissen auch oftmals nicht geholfen werden. Die Menschen sind nun mal in ihrer eigenen Welt gefangen und wir stehen wie vor einer Glasblase und beobachten nur und können dabei eigentlich auch nichts dagegen tun. Was man tatsächlich tun kann, ist, den Tourismus als Ganzes zu unterstützen. Keine Reiseagenturen, die Menschen, die für diese Reiseagentur in Nepal dann arbeiten, ausbeuten. Man sollte sich selbst seine Trips nach Nepal organisieren. Das ist ein Tipp, den ich allen Menschen geben kann, die sich Nepal tatsächlich mal ansehen wollen. Reiseagenturen sind darauf aus, einen Menschen immer nur in die Touristen-Hotsports und in die Hochburgen des Tourismus zu bringen, damit man den Eindruck hat, dass Nepal so ist, wie es eben in den Reisebroschüren auch ist. Die Slums soll man bitte nicht sehen und ja, auch nicht die kaputten Straßen draußen in Richtung Pokhara. Man soll auch nicht sehen, wie viele Busse mit toten Menschen unten irgendwo im Abgrund liegen, weil hier ein Bus leider abgestürzt ist, weil es in Nepal, ganz groß Überraschung, keinen TÜV gibt. All das sind Eindrücke, die die Reiseanbieter eben nicht vermitteln wollen, die aber wertvoll sind, denn sie entspringen einfach der Realität. Und wir als Touristen sind, gerade wenn wir über die westlichen Regionen sprechen, also zum Beispiel auch über Ischgl, immer noch geprägt von Inszenierung und immer noch geprägt von Schauspielern. Eine Kellnerin in Ischgl ist definitiv nicht gut drauf, weil ihr der Job einfach so viel Freude macht, sondern weil das einfach ihr Job ist. Und das ist Inszenierung und genau diese Inszenierung wollen die Reiseanbieter in den fernen Ländern wie Nepal fortsetzen. Und dabei ist es übrigens vollkommen egal, ob man Pakistan, Afghanistan, Nepal oder den Iran besucht. Immer wieder werden Reiseanbieter, die aus dem Westen die Menschen in den Osten bringen, versuchen ein möglichst falsches Bild darzustellen. Denn die Realität, die würde nicht dazu führen, dass man diesen Reiseanbieter weiterempfiehlt. Denn es ist schon so, dass man, wenn man Nepal so gesehen hat, wie es wirklich ist, nicht voller Freude und mit einem großen Grinsen nach Hause fliegt, sondern eher mit einem Kloß im Hals. Ja, wenn man über das Tracking in Nepal sprechen möchte, dann muss man natürlich über die Kumbu-Region, aber auch über den Annapurna-Circuit sprechen. Das sind die beiden größten Areale in Nepal, die eigentlich für Tracking so gemacht und von der Infrastruktur auch dann so ausgestattet wurden. Natürlich gibt es hier, wenn man alleine für sich unterwegs ist, und das ist übrigens durchaus möglich und erlaubt, wenn man nur Tracking ohne das Gipfelbesteigen betreibt, dann merkt man natürlich diesen Tourismus. Man merkt natürlich, dass hier einfach alles darauf ausgelegt wurde, die Menschen durchzuschleusen zu diesen einzelnen Hotspots, zum Annapurna Basecamp oder zum Everest Basecamp oder vielleicht einfach nur nach Tangboche. All das ist vielleicht ein kleiner, trübender Eindruck, denn man hat das Gefühl, hier funktioniert alles, hier ist so viel los, wieso kann sich diese Welt hier eigentlich nicht irgendwie besser aufbauen, gerade was die Infrastruktur betrifft. Aber man darf nicht vergessen, dass eben die meisten Menschen, die dann links und rechts an einem Vorbeigehen, eben über Reiseagenturen gekommen sind, die höchstens ein oder zwei Prozent des Reisepreises tatsächlich hier in Nepal für die Menschen hier lassen. Man selbst bezahlt ja dann eigentlich nur jemanden, der im Westen sitzt. Wie gesagt, deshalb ist die Organisation Selfmade definitiv das einzig, einzig Wahre, auch um die heimische Wirtschaft dort zu unterstützen. Ich habe über die Jahre sehr viele Kontakte zu Nepalesen herstellen können. Gerade über die letzten drei Jahre, gerade über die Zeit der Pandemie jetzt, habe ich sehr, sehr viel über Nepal gelernt, obwohl ich nicht mal dort sein konnte. Nepal ist ein Land, das so unfassbar schlecht funktioniert und daran sind übrigens auch wir schuld. Denn wir haben uns immer schon bequemlich nach Nepal begeben, immer mit einem Reiseanbieter, immer mit jemandem, der uns die gesamte Organisation abnimmt. Bloß nicht mit jemandem sprechen, mit dem wir uns vielleicht nicht eindeutig verständigen können. Bloß nicht das Risiko eingehen, dass wir vielleicht auf einen Menschen treffen, der uns gar nicht nur das Beste verkaufen will, sondern vielleicht nur das Zweitbeste. Nein, da bleiben wir dann doch lieber beim heimischen Reiseanbieter, der dort seine Connections hat und vielleicht nur ein Hundertstel dessen an den Typen abdrücken wird, als wir das eigentlich an den Reiseanbieter, bei dem wir es letztlich buchen, tun. All das ist etwas, was einen einfach in Rage bringt, wenn man weiß, was die Umstände dort vor Ort eigentlich sind. Mein bester Freund in Nepal, Nir, hat mal gesagt, dass wenn er einen Reiseanbieter als Partner hätte, dann wäre er wahrscheinlich obdachlos und arm. Die Reiseanbieter schlachten die Menschen dort in Nepal gnadenlos aus und damit meine ich alle Reiseanbieter. Es gibt keinen, der eine faire Bezahlung fördert, absolut gar keinen. Man kann natürlich sagen, ja, wir bezahlen unsere Leute fair, aber woher will es denn der Konsument, der Kunde, der Gast denn überhaupt wissen? Woher will er denn wissen, was eine faire Bezahlung in Nepal überhaupt wäre? Nir ist ein Mensch, der wahnsinnig unternehmerisch ist. Er versucht mit besten Mitteln und mit einem kleinen Freundeskreis Tracking und Gipfelbesteigungen zu organisieren. Er ist sehr gut organisiert. Er ist zwar relativ klein in seinem Unternehmertum und er hat relativ wenig Ausstattung, er hat keinen Verleih oder Sonstiges und niemand findet ihn über einen Reiseveranstalter, sondern ich, auch ich, habe ihn damals nur durch Zufall entdeckt. Nir ist aber auch ein Mensch, der einem gerne zeigt, wie Nepal eigentlich funktioniert. Dass ein Kind für eine Schulbildung in Nepal so viel Geld kostet, dass man eigentlich sein komplettes Einkommen in das Kind stecken muss und damit meine ich wirklich alles, also wirklich auch das letzte Stück Brot. Nia hat mir relativ gut erklären können, warum Nepalesen eigentlich so eine Hassliebe zum Westen haben. Ja, wir sind der Grund, warum es wirtschaftlich in Nepal überhaupt eine Perspektive gibt. Gäbe es den Tourismus nicht, dann gäbe es dort wahrscheinlich nicht mal mehr Menschen. Denn Nepal ist ein hartes Pflaster, es ist dort einen Großteil des Jahres ziemlich ekelhaft, was die Witterungsbedingungen betrifft. Das Einzige, was dort wirklich solide wächst, sind Kartoffeln und Reis, natürlich auch ein wenig Gemüse, aber sehr viel muss eingekauft werden, um überhaupt verkauft zu werden. Man wundert sich ein wenig, wenn man in die Touristenshops geht, dass es dort auch Oreo-Kekse gibt und sonstige Sachen zu kaufen und vielleicht Cola, aber all das ist eben einfach nur importiert. Wenn man über die Kultur Nepals sprechen möchte, dann muss man sich natürlich auch mit der Religion beschäftigen. Religion ist etwas, was in Kathmandu, aber in Nepal ganz, in ganz Nepal, einen unglaublichen Stellenwert hat. Religiöse Verunglimpfungen werden dort absolut nicht akzeptiert. Wer hier glaubt, dass man bereit ist, Witze anzunehmen oder wenn man glaubt, man kann dort Späße machen über Religionen, dann wird man sehr schnell eines Besseren belehrt. Der Hinduismus und der Buddhismus, das sind eventuell keine unfassbar radikalen Religionen, zumindest nicht nach außen hin, aber sie nehmen sich selbst dann doch sehr ernst. Wenn man über Jesus sagt, dass er der letzte Jude war, der vielleicht noch Sit-Ups gemacht hat, dann kann man das zwar in Österreich oder generell im Westen sagen und wird vielleicht den ein oder anderen Lacher und vielleicht den ein oder anderen verachtenden Blick dafür kassieren, aber wenn man das in Nepal macht, dann kann man davon ausgehen, dass man auf offener Straße dafür verprügelt wird. Vielleicht ist natürlich nicht mit diesem Scherz, sondern eher mit einem Äquivalent dazu, was den Hinduismus betrifft. All das ist natürlich zu akzeptieren. Man muss es nicht gut finden und man kann sich ein wenig darüber wundern, aber es ist zu akzeptieren. Die Religion hat einen unglaublichen Stellenwert in Nepal. Und auch das bringt uns dann ein wenig zu den Naturkatastrophen, denn die sind auch Teil des religiösen Alltags. Nicht nur des religiösen Alltags, sondern auch des Alltags per se. Aber wer sich an die Erdbeben, die relativ zielsicher alle zehn Jahre in Nepal stattfinden, erinnert, der wird auch wissen, dass Nepal die Religion genutzt hat, um diese Katastrophen aufzuarbeiten. Gleichzeitig muss man sagen, es ist schon paradox, denn die Erdbeben zerstören vor allen Dingen die Gotteshäuser, die Tempel und Co. Und gerade die brauchen Jahrzehnte, bis sie wieder aufgebaut sind. Die Nepalesen widmen sich hier einer Sisyphos-Arbeit, denn sie bauen einen Tempel wieder auf, der relativ pünktlich zur Fertigstellung wieder in sich zusammenkracht. Denn ja, einen Tempel zu restaurieren dauert in Nepal gut und gerne mal 10, 15 Jahre. Der Grund dafür ist die eingangs angesprochene Lässigkeit. In Nepal geht alles etwas langsamer, aber das stört dort auch niemanden. Und es stört auch niemanden, dass nach zehn Jahren der Tempel wieder kaputt ist, denn dann fängt man eben wieder von vorne an. Die feinen Gravuren in den Holzstücken und in den Pfeilern der Tempel, die sind wichtig. Man achtet nicht darauf, in einem Jahr fertig zu sein, damit das Ding dann neun Jahre lang stehen kann. Nein, denn diese Gravuren im Holz sind wichtig. Und auch im Stein sind die Gravuren sehr wichtig. Und deshalb nimmt man sich dann dementsprechend die Zeit dafür. Und wenn das ganze Teil dann nach zehn Jahren wieder Schrott ist, dann baut man es eben wieder von vorn auf. Denn die Gravuren sind immer noch genauso wichtig wie vorher. All das kommt uns komisch vor. All das kommt uns fremd vor. Und gerade das ist es aber auch, was wir als Voyeure der Kulturen sehr gut beobachten können, wenn wir dort stehen und uns überlegen, ob wir nicht doch irgendetwas daraus mitnehmen können. Wenn Menschen vollkommen sinnlos etwas tun, obwohl sie ganz genau wissen, denn das sind keine Vollidioten, dass in zehn Jahren all das wieder weg sein wird. Und diese Menschen haben einen starken Glauben daran, dass es eines Tages vorbei sein wird. Das hat religiöse, ein religiöser Lebensstil irgendwie so an sich, dass man immer irgendwie das Gefühl hat, dass dann doch alles besser wird, wenn man vielleicht mehr in den Tempel gehen würde, vielleicht sich strenger an religiöse Vorgaben halten würde. Dann würde das alles vielleicht etwas besser werden. Wir können in einer Welt, in der uns Religion vielleicht auch manchen Atheisten am Arsch vorbeigeht, natürlich das alles dann als schwachsinnig abstempeln. Aber wir müssen auch akzeptieren, dass diese Menschen eben diese Empfindungen haben und davon ausgehen, dass sie Recht haben. Dass sie es immer wieder nicht tun werden und das auch seismologisch betrachtet, auch Gott und die ganzen Götter keine Rolle spielen werden, wenn es in ein paar Jahren wieder ein starkes Erdbeben in Nepal geben wird. Ja, das braucht man diesen Menschen nicht zu erklären. Aber wer sind wir auch, dass wir sie dafür verurteilen, dass sie mit so einem starken Glauben sich hinsetzen und mit den Füßen und Händen ohne Schutzbekleidung anfangen, an ihren Tempeln in Handarbeit wieder weiterzuarbeiten. Niemand bezahlt diese Menschen dafür, ihre Tempel wieder aufzubauen. Dafür ist die finanzielle und wirtschaftliche Struktur Nepals viel zu marode und viel zu chaotisch. Viele Leute werden manchmal mit Reis bezahlt, manchmal auch gar nicht. Vielen Menschen liegt einfach etwas daran, dass sie ihre Tempel wieder aufbauen, obwohl sie gar keine Mönche oder Ähnliches sind. All das vermittelt mir persönlich ein gewisses Gefühl von, naja, einer Frage. Es hinterlässt eine sehr, sehr konkrete Frage. Was ist eigentlich Sinn im Leben, wenn wir nicht irgendwas draus machen, was uns Sinn gibt? Es ist vollkommen egal, ob du es sinnvoll findest oder er oder sie oder es sinnvoll findet, was ich tue, solange ich selbst in dieser Sinnstiftung eine Antwort finde. Und diese Menschen in Nepal, die finden stets eine Antwort. Und genau so geht es auch den Sherpas. Die Sherpas sind ein maßgeblicher Wirtschaftsfaktor für Nepal, aber natürlich auch für die Reiseagenturen, die im Westen sitzen. Denn sie organisieren zwar nichts, aber sie tragen. Und sie tragen nicht gerne, aber sie tragen für ihr Leben. Und sie tragen unter anderem auch euren Scheiß, wenn ihr dann dort tracken gehen wollt. Die Sherpas sind eine wahnsinnig in sich gekehrte Kultur. Und wenn man glaubt, einen Einblick in die Kultur haben zu können, dann wird man erst wieder erfahren, dass man doch wieder an einer Wand ansteht. Denn die Sherpas bleiben gerne unter sich. Und dabei sind sie übrigens nicht unfreundlich. Sie wollen einfach nur ihre eigene Kultur vor Veränderung schützen. Die Sherpas haben in den Tälern in Kathmandu sehr gut erkannt, dass sich hier sehr viel wandelt. Dass die Sherpas über die Jahrzehnte, die in die Städte gegangen sind für bessere berufliche Aussichten, durchaus nicht mehr als die typischen Sherpas zurückgekehrt sind. Die Sherpas haben keine Angst vor uns westlichen Menschen. Die Sherpas haben auch keine Angst davor, sich mit uns zu unterhalten. Sie haben aber Angst davor, so viel Veränderung erfahren zu müssen, dass sie dann doch nicht mehr die Sherpas sind. Sherpas sind keine Träger. Sherpas sind eine Kultur und ein Volk in Nepal, die definitiv ein großes Interesse daran haben, ihre Kultur weiter zu verbreiten und in ihrer Kultur auch zu bleiben und zu wachsen. Dass die Sherpas als Träger ihr Geld verdienen, das ist eigentlich nur Zufall. Und man sollte nicht vergessen, dass auch wenn ein Sherpa, der einmal auf den Mount Everest steigt, zwar das Gehalt für seine komplette Familie für ein ganzes Jahr verdient, die meisten Sherpas aber eigentlich in unfassbar bitterer Armut leben. Denn selbst wenn es auf dem Mount Everest sehr viele Sherpas gibt für die einzelnen Agenturen, darf man nicht vergessen, dass es sich trotzdem hier vielleicht um 2-3% aller Sherpas handelt, die im Sherpa-Business, also im Träger-Business, deshalb sollte man nicht vergessen, dass diese Menschen, wenn sie für einen arbeiten, in der Regel abseits dieser Arbeit in Armut leben. Und deshalb sollte man nicht vergessen, dass man auch wenn man bereit ist, 5.000 Euro für eine Reiseagentur hier in Deutschland oder Österreich zu bezahlen, definitiv auch 100 bis 200 Euro für den Sherpa einplanen sollte. Denn gerade in Relation mit den 5.000 Euro, die man für die Reise bezahlt hat, sind diese 100 bis 200 Euro wahrlich nichts. Und der Sherpa kann von 100, 200 Euro sehr, sehr lange leben. Und wir sind definitiv nicht in der Situation, dass wir irgendwelche Almosen verteilen müssen. Wir sollten uns nur überlegen, als Menschen, die Nepal besuchen, dass wir Menschen eine große Verantwortung für unsere Mitmenschen haben. Wir sind zwar auch für uns selbst verantwortlich, aber wir können doch nicht einfach dabei zusehen, wie Menschen, die vorher für uns gearbeitet haben, am nächsten Tag eventuell verhungern. All das kann aber definitiv in Nepal passieren. Und wer nach Nepal reist, der sollte sich darauf gefasst machen, dass er auch mit einem schlechten Gewissen zurückkehren wird. Denn er kehrt in eine privilegierte Welt zurück, in der alles so unfassbar viel besser, so unfassbar viel leichter und so unfassbar viel selbstverständlicher ist als dort. Bergheil.